Hi, ich bin Anna Kowa und meistens ziemlich... Hoho! Ich versuche Frauen aller Grüßen dazu zu motivieren, zu sich zu stehen und sich selbst zu lieben. Aber jetzt erstmal... Ha, fun! Daumen nach oben! Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mal über die Anti-Schlank-Bewegung sprechen oder zumindest das, was passiert, wenn ein dicker Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, abnimmt und was dann eben für Reaktionen damit einhergehen. Also so ein bisschen der toxische Part von Body Positivity. Aber ich versuche eher so ein bisschen freier zu sprechen. Ich habe mir jetzt kein krasses Script dazu gemacht, habe mir aber so ein paar Sachen angeschaut, die ich euch hier noch dazu einblenden möchte. Und würde sagen, wir legen los, gebt mir im Video gerne einen Daumen nach oben, wenn euch sowas interessiert. Und zwar bin ich darauf gekommen, eigentlich schon vor super langer Zeit und auch anhand meiner eigenen Erfahrungen. Denn ich bin ja jemand, der dick ist, offensichtlich, und Sport treibt, sich ausgewogen ernährt. Mal mehr, mal weniger, halt wie ein normaler Mensch. Ich habe eine Balance im Leben, aber ich liebe Bewegung und ich mache Sport schon seit mehreren Jahren. Ihr wisst ja, ich habe ja auf Insta eine Plus-Size-Fashion-Seite und ich glaube, sehr, sehr viele Leute kommen da drauf, die mich irgendwie durch Reels oder so finden und gehen tatsächlich so ein bisschen von dem Vorurteil aus, dass ein dicker Mensch wie ich wahrscheinlich eher keinen Sport macht. Und wenn sie dann sehen, dass ich Sport mache und auch mehrmals die Woche, kriege ich super häufig Kommentare, willst du jetzt abnehmen? Warum machst du Sport? Möchtest du abnehmen? Ich dachte, du bist zufrieden mit dir. Wieso machst du Sport? Wisst ihr, woran mich diese Kommentare erinnern? Und zwar an die Zeit, als Adele, die ja dick war, ich glaube von vor anderthalb Jahren ungefähr, abgenommen hat. Wirklich irgendwie 50 Kilo oder so. Und was sie dann da für einen Shitstorm bekommen hat, von der Plus-Size-Community teilweise auch. Und ich dachte mir, es wäre total spannend, mir mal die Kommentare anzugucken. Ich bin so ein bisschen durchgescrollt und dachte, was haben die Leute da genau geschrieben? Warum hat sie das getriggert? Und warum ist dieser Post von Adele, und zwar, ich blende ihn euch mal hier ein, das war nämlich ihr Verkündungspost, als sie sozusagen, ja, wieder online war mit einer neuen Figur, warum dieser Post einfach so viel Aufmerksamkeit erregt hat. Denn das ist ein Post, der hat 12 Millionen Likes, müsst ihr euch einfach mal vorstellen. Ist vom 6. Mai, glaube ich. Und das ist wirklich heftig, weil die anderen Fotos von Adele haben nur 4 Millionen Likes, 2 Millionen Likes. Also es ist, glaube ich, ihr meistgelikedestes Bild. Ich habe jetzt nicht alles überprüft, aber auf jeden Fall hat das eine sehr große Aufmerksamkeit bekommen. Und ich finde es heftig, dass bei einem Menschen, der, also bei einer Frau wie Adele, die unglaubliches Talent hat, einen tollen Charakter, zumindest das, was man aus Interviews sieht, gefühlt die Stimme des Jahrhunderts, am interessantesten immer noch das Gewicht findet. Also das schockiert mich wirklich sehr. Aber gut, kommen wir zu den Kommentaren. Ich fand das heftig. Einer schreibt zum Beispiel, ist scheinbar auch ein Mann, Adele went from fat and ugly to skinny and beautiful. Also wird hier schon wieder, ja, das Wort, oder generell der dicke Körper mit hässlich assoziiert und dieses Narrativ weiter verbreitet. Und dünn ist natürlich das, was erstrebenswert ist. Sie hat auch super viele Komplimente dafür bekommen. Leute haben auch geschrieben, Glückwunsch zu einem gesünderen Leben, obwohl keiner von diesen Menschen weiß, wie gesund Adele jetzt ist und wie gesund sie vorher war und so weiter. Und das nur anhand des Gewichts zu beurteilen, ist einfach so... Mittelalter-mäßig. Mittelalter-mäßig. Es ist einfach... Wow. Meine Argumentation schon wieder. Aber wisst ihr, was ich meine? Also es äußern sich ja mittlerweile so viele Ärzte und Diätologen dazu, dass Gewicht nur ein kleiner Faktor ist und dass man Gesundheit nicht darauf runterbrechen kann. Und vor allem auch, dass es keinen kausalen Zusammenhang gibt zwischen Gewicht und Krankheiten, sondern dass da noch sehr viel mehr betrachtet werden muss und dass es eben nicht so ist, dass du sagen kannst, du bist dick, deswegen kriegst du jetzt die, die und die Krankheiten. Das wäre viel zu einfach, wenn es so wäre. Dafür ist der Körper zu komplex und leider checken es die Leute immer noch nicht und verbreiten halt immer weiter dieses Narrativ, was ich halt persönlich sehr schade und sehr gefährlich finde. Und dann gibt es eben diese toxischen Body-Positivity-Menschen, so ein bisschen nenne ich das jetzt mal, die auf gar keinen Fall möchten, dass ein dicker Celebrity oder Person des öffentlichen Lebens abnimmt. Das sind Leute, die sind sauer darüber oder die sind so richtig wütend, wenn sie merken, du willst abnehmen oder du hast vielleicht sogar schon abgenommen. Was ich sehr problematisch finde, weil nur weil man dick ist, bedeutet das nicht, dass man für sein Leben dick bleiben muss. Und wenn man für sich entscheidet, dass man abnehmen möchte, sei es aus, ist egal aus solchen Gründen, das weiß letztendlich nur die Person selber, dann sollte das auch völlig in Ordnung sein. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich so schwierig daran finde. Hier schreibt zum Beispiel jemand Also, da ist eine fremde Person und sie stellt praktisch schon eine Forderung, so. Also, du hast ein bisschen kurviger besser ausgesehen, du hast kurviger besser ausgesehen, aber nur ein bisschen kurviger wäre besser. So. Ach so, ja, sorry. Weil du das sagst, werde ich jetzt nur ein bisschen zunehmen und, ne, damit du zufrieden bist. Also, ich verstehe so etwas nicht. Das ist so, ähm, das ist schrecklich. Dann schreibt jemand Ich glaube, diese Person meint sowas wie Produkt der Gesellschaft. Ich habe keine Ahnung. Kann mich jetzt natürlich auch total irren. Ähm, ich verstehe auch so ein bisschen, was gemeint ist, finde es aber schwierig, weil es ist jedem freigestellt, ob er abnehmen will oder nicht. Und auch wenn ich jetzt komme und sage, Leute, ich mache jetzt eine Ernährungsumstellung, äh, ich möchte 20 Kilo abnehmen, dann sollte das meine freie Entscheidung sein. Und dann bedeutet das auch nicht, dass man, ähm, nicht mehr positiv seinem Körper gegenübersteht oder dass man sich selber nicht mag. Ähm, sich selbst zu mögen ist kein Prozess, der irgendwie eingefroren ist. Das ist, das bedeutet nicht, du hast Selbstliebe und fertig, wir frieren jetzt alles ein und tun das ins Gefrierfach, sondern du bist ein Mensch. Du entwickelst dich und auch deine Selbstliebe und deine Verbindung zu dir selbst entwickelt sich. Und du kannst sogar, stell dir das mal vor, man kann sich sogar selbst lieben und trotzdem etwas an sich verändern wollen. Das ist ganz normal. Ähm, die Frage, die ich immer super wichtig finde in diesem Zusammenhang ist einfach nur, warum möchte ich abnehmen oder warum möchte ich mich jetzt verändern? Was sind die tatsächlichen Beweggründe? Und hier gab es auch ein paar, äh, Leute, die genau das kommentiert haben. Das fand ich ganz spannend. Und zwar, und zwar, wenn das ein Resultat ist von Selbstliebe, von sich, um sich selbst kümmern und nicht dem Druck von anderen, dann ist das super für sie, schreibt jemand. Erinnert euch einfach daran, dass Gesundheit das Ziel ist, ähm, mental und physisch, was ich auch super finde. Dann noch ein anderer Kommentar, wenn sie diese Entscheidung wirklich getroffen hat, weil es sie glücklich macht, dann super. Wenn es aber nur, ähm, wenn sie es aber nur gemacht hat, um in die Industrie zu passen, dann tut es mir leid für sie. Und das verstehe ich halt auch. Also so, so sehe ich das Ganze auch. Man muss sich fragen, was ist die Intention wirklich dahinter? Mache ich das für die Gesellschaft? Mache ich, weil ich sonst das Gefühl habe, nicht irgendwo reinzupassen, weil ich vielleicht die ganze Zeit unterdrückt werde oder diskriminiert werde? Oder, ähm, oder, oder, oder. Also dafür gibt es viele Gründe, aber die weiß letztendlich nur die Person selber, wie gesagt. Und deswegen, ähm, finde ich das ganz spannend, mir diese Kommentare anzuschauen. Und zwar schreibt hier jemand, dass es immer nur die Fettis sind, die rumhaten, äh, weil eine Person endlich gesund und fit geworden ist, ähm, weil sie selber einfach zu faul dafür sind. Und hervorragend. Ich finde es halt einfach nur krass, dass dicke Menschen einfach schon wieder so, äh, sind halt die Fettis, ne, die sagen blablabla. Also auch als dicker Mensch kannst du differenziert Sachen betrachten. Ich finde das ganz, ganz schwierig. Diese ganze Debatte über Körper nimmt so ein krasses Ausmaß an und scheint Menschen komplett zu triggern. Wobei ich mir einfach nur denke, was geht es mich an, wenn jemand anderes dick ist oder dünn ist oder sonst irgendwas ist oder auch nicht ist. Also wisst ihr, was ich meine? Ich finde das ganz komisch, dass Leute, ja, wirklich getriggert werden. Also richtig, richtig getriggert. Auf jeden Fall möchte ich euch mit auf den Weg geben, dass Sport gut ist für eure Gesundheit sowohl mental als auch körperlich. Und meiner Meinung nach jeder sportlich aktiv sein sollte. Und das kann jeder für sich selbst definieren. Ich weiß, dass das auch nicht jedem zugänglich ist und das ist auch völlig okay. Aber, ähm, ich merke einfach, wie es bei mir super viel dazu beiträgt, wie ich tatsächlich hier oben funktioniere. Also wenn ich Sport mache, bin ich so viel mehr ausgelastet und kann einfach besser meine Arbeit machen. Ich bin ausgeglichener, ich habe nicht irgendwie so passiv-aggressive Schwingungen. Manchmal schon noch, aber das ist dann PMS verschuldet oder geschuldet. Genau, und deswegen finde ich das so, so schade, dass es in den Köpfen einfach immer noch ist. Dünn ist gesund und sportlich und aktiv und dick liegt nur faul auf der Couch und bewegt sich nicht und macht gar nichts. Das ist nicht richtig und das ist schade, dass es immer weiter verbreitet wird. Und es ist so schade, weil ich mir einfach nur denke, das Aussehen ist das Langweiligste, was ein Mensch mit sich bringen kann. Und wenn man das nicht versteht, dann finde ich, ist es ein ziemlich trauriges Leben irgendwie. Weil wir alle werden irgendwann alt und wir werden schrumpelig, das sage ich immer so gerne. Und wenn du dann immer noch in Gesellschaft von Leuten bist, die einfach nur hübsch sind oder waren und dahinter hat sich nicht wirklich was verbirgt, was dich bereichert. Ich sage mal so, für mich wäre das nichts. Und damit hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich weiß, ich habe ein bisschen durcheinander geredet, aber vielleicht konnte mir ja jemand folgen. Und jetzt wünsche ich euch einfach noch einen wunderbaren Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Ciao!